Was das Level angeht, will ich erstmal das stärke Ding voll haben, weil da ist auch noch Power Bar da drin und sowas. Ja. Ich würde dann gerne, dass ich mehr Loot rauskriege aus dem Zeug. Mhm. Das muss ich noch lernen. Geht gleich los. Ein Schlückchen noch? Ist schnell noch was? Weil du nicht voll bist? Ich bin fast voll. Achso, na gut. Also mir fällt fast weg. Ja. Da komme ich schon ein ganzes Stück schnell hin. So, von wo kommt er? Von hier hin? Oh Gott, ich sehe ja krass. Ist doch Scheiß halt da, ey. Geht zu viel aus. Ich werde mal runtergehen. Gut da. Gut da. Und so. G." G." Oh, kai on. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab zur Note einmal Antibiotika mit, wenn du dann was brauchst. Das war's. Das war's. So? Das war's. 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 Ich hab den Hirsch erlegt. Ob der da noch liegt? Das glaube ich nicht. Ich dachte aber, damit kann die Zombies ablenken. Ich glaube nicht in der Roten Nacht. Nein. Okay. Davon lassen sich das Schnee ablenken. Okay. 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 Da arbeiten zu Dortmund. Kauchen bei den drei Schüsse ey. Hm. Nein, doch, ich kann doch mal versuchen, das ist doch Alter, bist du schnell. Alter. Oh Mann. Oh Mann. Ist ein Dreck. Ist ein Dreck. Ist ein Dreck. Was ist das? Und der Halt ist jetzt ganz gut. Ja, noch. Ich habe das beise Problem mit der Munition. Ja, das habe ich schon. Das wird schon reichen. Viele sind sie mehr. Naja, wir haben noch eine Stunde. Und? Kann noch eine Welle kommen. Ich sehe nichts mehr, was hier kommt. Das war's. Wir haben es geschafft. Runter zu kommen an das Zeug, an den Loot. Boah, das wird lustig. Ich gehe mal von der anderen Seite. Mal sehen, ob da was ist. Ist ja okay, durchkommen. Hast du eine Axt oder sowas einstecken? Ja, hier. Meine normale. Dann müssen wir es kaputt machen. Da würde ich auch bloß das Holz gelübt. Ja. Warte mal. Und den komme ich ran. Der muss halt auch. Gibt auch noch einer. Und den komme ich ran jetzt. Zack. Wo? Hier. Zwischen. Komm ich vielleicht von oben ran. Und ganz vorne liegt auch noch einer dazwischen. Ja. Ich renne hier noch mal rund rum. Vielleicht liegt da irgendwo was. Nee, an den komme ich nicht ran. Scheiße. Ah, schade. Und an den auch nicht. Bin ich so hoch. Ich habe Axt und alles zu Hause gelassen. Ja, das ist eh alles bloß Holzzeug. Ja. An den bin ich schon mal dran. So, da baue ich mich. Der dritte lang. Boah. Ja, die Dinger zu treffen. Das ist eine Katastrophe. So, ich bin auch mal drin. So, an den komme ich ran. So. Dort hinten. Oh, ganz hinten. Ja. Warte mal. Warte mal. Ich habe ihn. Gut. Da haben wir alles. Perfekt. Na ja. So, ist unser Hirscher da? Ja, hier. So einer. Moment. Oh, ich habe zu viel gelungen, das nervt mich. Ja, der Hirscher hinten ist fort. Ja, dann nimm den hier bei mir. Ja. Ja. Da lief Grott hier so lang. Sehr schön. Ja, das sieht so ganz gut aus. Halleluja. So. So. Kann ich das hier gleich nochmal mit wegbekommen, was hier rum eiert. So. Genau so. 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 Ich lege dir mal ein Buch raus. Ja. So, ob du das lesen kannst. Ja. Warte, ich schau mal gleich an. Ne. Oh, verkaufen. Gut. Ich schau mal ein paar Jahren auf. Das ist aber so. Ich schau mal. Da ist er. Maal, ich schau mal. Ich schau mal. Na, ich schau mal. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je! Oh, da bist du grad drinnen? Ich tu mal die klinge Pfeilen mit hier beiden elektrischen Zeug rein. Jo. So. Kommt da rein, das kommt da rein. Ich nehme gleich mal noch was zu essen mit. Wasser als mein Helm? Du hast manchmal solche Unterschiede. Ich hab den Eisenhelm. Der hat... Jo. Wo hast denn du die Schatzkotten hingeschmissen, weißt du das? Nö. Das könnte auch noch sein, dass die noch in den anderen Kisten liegen. Eigentlich waren die schon hier drinnen irgendwo. Hier, ich hab's ja. Bei Waffen. Okay. So. Ich bin soweit ausgerufen. Schön. Du musst noch was zu trinken mitnehmen. Zechze. Färtsch. Nein, trinken hab ich noch. Ich brüchte vielleicht noch einmal essen. So. Ah, mein Werkzeug muss ich wieder mitnehmen. Ah, dafür lass ich erstmal die Waffen hier. Die braucht ja noch mehr. Ich nehme mal das Mesa-Café mit. Me lasse. Me lasse. Dann bin ich da. Ich weiß, was du meinst. Weil... Gerade wenn du jetzt hier viel mit dem Basie plopst. Ah. Wir können auch die Fahrzeugteile, alles was wir für das Auto brauchen, in der Werkbank schon reinballern. Ah, du kannst zuerst mal das egal am Ende. So. Munition. Brauchen wir das jetzt nicht? Döp. 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 Guckst das mal? So. Knochen. Stoff. Leerung. So, ich nehme nochmal 2000 mit. Falls er was Möjes hat. Ja. Das andere müssen wir dann später mal verkaufen. Ja. Das oben ist... Gut, wir machen ja bloß eine Quest. Kann ich das so mitnehmen? Im Prinzip? Oh, Händler. 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 Machen wir nicht jetzt die eine Quest von mir? Und dann geben wir die ab. Und holt uns beide gleich neue Quest. Und dann ist es auch egal ob die Titel zuerst machen oder meine zuerst machen. Genau.